Was kannst du nicht? Ja, ja, ich befreie erst mal Kannst du mir nicht so gucken? Probier noch mal Ich spiele es echt geil Oh, der hochklettert Bevor wir Kasta mir befreien Ja, weiter Check ich dir Ich muss nur kurz auf YouTube drauf gehen Um Quit Du willst nerven vorhin, General Vater? Oh, Idril Du hättest nicht herkommen sollen Ich kam deinetwegen Ich hab das alles nicht gewollt Weder für dich noch für unser Volk Wir haben nicht immer die Wahl, Vater Aber noch können wir kämpfen Du bist genau wie deine Mutter Komm Die Verstärkung wird bald hier sein So Na Nein, ich bin Mann Und Gute Nacht Dieses Spiel Ups Kopf ab Ja Du bist du nicht weit weg Von mir Ich bin immer noch bei diesem Kampf Ja 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 Das ist egal, oder? Nicht Egal ich brühe es vorhaben wir müssen zurück zu kann sie kann uns zeigen wo sich der palantir befindet der palantir ist hier der krieg ist hier wir müssen uns macht über minas itil schwächen katapulten ich weiß nur kurz schnell reise ich habe nicht in chat also in youtube cool ok jetzt mal gucken nächste mission leute ja ist mir egal weißt du wie alt das ist das spiel drei jahre alt heute haut immer noch vor weinen geht so nicht oh hoff von den wer ist auch da junge gefühlt mache ich hier alles alleine ja naja ich bin nur gefühlt ich laufe jetzt mal durch halt ne hab ich euch nicht erlaubt guck mal hier kopf kopf warte warte welche kraft will ich haben kopf die brauche ich die kraft ist geil bloß kein plan wie man die einsetzt kopf warte kopf 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 das tat mir wenig stieg kopf 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 ein kack boss junge irgendwas gar nicht mehr wo ich bin aha aha geh da raus manch der boss fast tot so der ist tot der boss also sogar müssen sie aufhaben hier hier ach du scheiße geisterkampf bringt gar nichts ja gibts ja muss ich er muss richtig gut aufpassen oh mein gott oh mein gott ich hatte geisterkampf ja guck doch mal wie knapp ich maus reichen muss hh und ich bin gleich tot junger guck auch ja auch sie sind aber auch erst alle fertig ich hab den ersten was alter hast du das gesehen Alter Unnormal Na ja, tut man schon noch weh Wenn die Messer bleibt, ist die Schlaf, ne? Ja Okay, ich warte jetzt, wie das geht Ja, man, chill Warten Ja, wir haben noch was Neues Ja, wir haben noch Ja, ich hab schon Und jetzt schießen die wieder Gut So wie ich ihn schon herausgefunden habe Fuck Aber Aber Echt Ich habe Aber Ich habe ja Ende auch einen Geist, weißt? Deswegen ist es auch schwer Ja Ja Okay, machen wir wieder Ich gehe mir an die Kürze über Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Erste Der 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 Ja? Cool. Ich hab nicht mein Büro. Nein, ich hab kein Büro. Ich kaufe noch ein. Ja, kannst du auch kaufen? Ja, kannst du auch kaufen? Ich mach euch auch. Okay. Der eine Geist hätte sich voll zurück, Alter. Ich mach das schon nicht so an. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab keine Flamme. Ich hab keine Flamme. Ich hab keine Flamme. Aua! Oh ne! Jetzt verbanne ich dich. Okay, ich hab noch einen Geist. Alter! Ich hab keine Flamme. 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 immer noch rum. Ich hab schon so viel Geister umgebracht, ne? Das sieht der auch nicht mehr. Und die Geister, die ich hatte, die waren echt stark, Alter. Ich kann aber auch mit GTA 5 aufnehmen, ne? Zum Beispiel die Maps, die ich erschaffen hab. Bloos, ich kann die nicht live machen. Ich muss die dann in Videos machen. Weil, wenn ich das live mache, dann geht das nicht. Also, kann auch mit dir. Geht dir auf die Flamme. Wenn die Nazgûl Kankra meinen Ring entreißen, ist alles verloren. Wer weiß, wie viele Nazgûl der Hexenkönig gesandt hat. Ah, da ist Gollom. Das ist Gollom hier. Das sind die ganzen Gollom-Viecher. Hier in diesem Spiel gibt es wirklich Gollom. Aber Gollom ist großartig. Da ist keine Bedrohung. Ich bin Junge. Auch wenn die keine Bedrohung sind, brauchst du nicht mehr Bock Spinnen umzubringen. Spinni! 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 Komm her! Ich töte dich! Spinni! Spinni! Ja, ich weiß, dass ich dich nicht bekämpfen muss, aber ich muss Spaß hier. Aber abzuschlaften. Ne, das bin ich Klippe. Hier, Gollom! Ich bin Gollom-Kriecher. Also, seine Bibis. Glauben Gollom in echt nichts anderes aus. Wollom, in Ordnung! Da wird die auch nicht passend so ausgedriffen. Wir müssen Kankra erreichen, bevor die Nazgul sieht. Unsere einzige Hoffnung ist, dass das nicht Verliebt ist. Er kann aber auch nach Mädchen spielen, ne? Warten mal, Leute. Ach, Max. Ich kann schon alles gelaufen, Alter. Weil nur, weil ich ein Geist in mir drin hab, in dem ich was erleben muss, Leute. Ja, da sind Gollongviecher. Ja, wie viele Gollong sind denn drin? Ey, auf die kann ich wohl reiten, ne? Auf die Gollong. Ich kann nur auf den Drachen reiten. Oha, Spinis! Ich will spinn! Spinis! Okay, spinn! Sooo. Da ist ne fette Spine. Ich kann euch hier umdringen, Junge. Ich spiel mir vor, Leute. Luki, spiel mir auf dein... in dem Playstation. Ah, jetzt kann ich die fremden Länder erobern. Das ist gut. Ich mag es nämlich, wenn die fremden Länder erobern kann. Ja. Luki, ich bin auch bei dir. Oder ist das alles zu spannend? Ja. Ja, ja, ne? Ja, ja, ne? Zu spannend hier. Ja, okay, ich muss es selber zugeben. Das Spiel ist echt geil, oder? Ja, ja, ja. Okay, Armee. Ein... Einerschmierarmee... Oh mein Gott, nicht unter... Okay, nächste Böde. Ich mach auch. Milchbilder. Oha, Junge. Wie viel muss ich denn hier büden? Oha, Junge. Das ist 10 Stück. Das geht ja. Hört besser zu. Ich will euch nämlich etwas rein. Warum bloß ich nur Böden schütze? Alter, nie haben wir. Wir legen Böde. Armee aufrufen. Nur wenn ich jetzt hier eine Armee gebildet habe, ne? Dann kann ich nachher angreifen. Also... Fremde Online-Bogen und so, weißt? Ja, das Spiel ist auch online. Ich... Hä, hättest du das Spiel, ne? Hä, hätt ich dich auch mal angreifen können. Ja, das Spiel ist auch online. Können sie nicht widerstehen. Ja, das wird nicht... Ach, das ist... Die Jürgen hat es aus dem... Du schlägst um dich, wie ein... Ach, sch priviert er mir entdeckt. Ich durfte nicht entdeckt werden. Ja, das ist schwer. ja nehmt du mal weil die ausnahmung liegt in der Macht des Rings und in der Tat okay dann muss ich leise decken bleiben bis die Chancen zu unseren Gunsten leise versuchen den hat ich jetzt umgebracht ne schützen wir nicht nur unsere Waffen sie werden unsere Augen sein ach lol ich kann die auch das ist ja geil ich kann die auch als ähm Augenbatrouille benutzen also meine Augen ich kann ja in ihren Augen durchgucken das ist ja geil wer wird uns dienlich sein ich bin fleißig oder ihr verpasst noch den ganzen verdammten Krieg hast du das die 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 Was war das? Was war das? Was? Oh ja. Ja. Okay. Jetzt können Sie mich helfen. Oh. Äh. Komm der Kollege. Scheiße hab ich umgebracht. Ich brauch dich. So. Danke. Ich hab neun Krieger. Ich hab auch das in meinen alten umgebracht. Oh man. Kann aber auch. Ja. 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 Dann kann er bemerken. Ich hab auch zu sehen. Nein. Spiele auf ne Rache. Oh man. Ja. Okay. Bis ich in den letzten habe. Muss ich nicht befehlen. Du haltest ich für den großen haben. Junge. Ich wollt den haben. Stärkere Krieger. Ja das wäre die stärkere Krieger. Die auch auf einen hören auf jeden Fall. Ja. Du hast es nicht in den nächsten Prozess. Du kannst das nicht in den nächstenhmen. Ja. Na dann. Du kannst das nicht in den nächsten Prozess. Das ist Stufe 1 Millionen. Verkauft. Ja. Das ist ja. Ja. Verkauft. Ich verdiene hier eine Stufe. Luca? Oh mein Gott. Eine Stufe besser. Eine Stufe und ich dreife viel besser. Das ist ja der Schnevel über alles. Wir werden außerdem Kommandanten brauchen. Herausragende Orks, die mehr als nur Schlachtvieh sind. Aber was ist mit diesem Wald? Er ruft nach uns. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. So, der ist die Mission und dann gehe ich auf. Äh, nicht auf, aber höre ich den auf mit Scream. Ja, ich kann hier gehen. Welche Kreatur such diesen Wald heim? Oh, Karnan ist keine Kreatur. Ach, der ist die Natur selbst. Sie ruft uns. Hier ist auch. Ja, der ist dann vielleicht auch ausgegangen. Na, nicht du. Hab Gnade, Waldläufe. Lass mich hier nicht so zurück. Ja, du kommst jetzt erstmals zu meiner Gruppe. Grubenbiester zu hundert. Heraus aus der Grube. Geknechtet sind Flüsse wie Bäume. Mama. Ah, nein. Ich nehme an, das ist das Werk von Karnan. Dies ist der Wald von Karnan. Und sie schützt ihn mit der geweihten Macht der Natur. Oh, das ist die Koronfigie. Welche Maß von Tod wie von Leben erfüllt. Sie sind untrennbar verbunden. Das ist... Das ist sie. Aber gut. Äh. Warum reifen diese Bestien uns nicht an? Sie hören ihr Lied. Sie sind ein Teil von ihr, so wie sie einer von ihnen ist. Doch sie schützen sich. Sie beobachten uns. Nein. Ich leid mich los, Huck, ihr. Ich will nur sehen, was du gesehen hast. Aber... Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Das war vorher aber nicht hier. Ja, ist doch allerdings recht. Oh, schuldigung. Wie ist das denn hier? Wie ist das denn hier? Es war die Alte. Was ist die noch nicht da hier? Warum rufst du da rein? Nein! 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 Ja, sehe ich schon. Nein, ist das. Ja! Ich hab da voll zu tun, alle Leute voll zu tun. Ah, halt, ich wollte ein cooles Feuer. Ach du Scheiße, was ist das für eine lausige Gruppe? Oh, Leute, mach doch mal Schiri hier. Ich kann doch mal meine Pfeile tun wollen. Wow. Ja, wie das einfach mal gar nichts bringt. Ey, ich kann nichts machen. Was ist das? Ich bin dauer. Ja, Leute. Das war's jetzt. Ja, dann bist du ein Geist auch tot. Tschüss, Leute. Das war mein erstes Suspended. Ach, kein Bock mehr.